So, ich bin jetzt in Al-Takuapa und da ist ein sehr alter Tempel und da oben auf dem Berg, da fahre ich jetzt hoch, da hat man dann vielleicht auch noch einen schönen Aufblick. Okay, das ist der JD, der in Verbindung steht zu dem auf dem Berg, wo wir jetzt gleich hochfahren werden. Das Blei sind die Reste davon. Der ist jetzt 1893 entstand die Tempelanlage hier in Takuapa. Das war die erste buddhistische Tempelanlage und sieht man vielleicht gar nicht so aus. Hier ist das Schild dazu. Ja, der ist aus Naturstein und aus Lehmziegeln, wurde der gebaut. Von daher ist da nicht mehr so arg viel übrig geblieben davon. Und der Neue, weiß gar nicht, ob man den von hier unten schon ein bisschen erkennen kann, sehen kann. Die Spitze wäre möglich. Ne, leider nicht. Ist hier hinten dran auf dem Berg, da fahren wir jetzt dann hoch. Das sind unbedingt die Top-Motorrad-Strecke. Alter, 900 Meter. Jetzt sind wir raufgefahren und jetzt werden wir da hochgehen. Geht jetzt dann auch diese Treppe nach oben. Und hier gehen wir nochmal rauf. Schau mal, da ist auch noch ein Puder drin. Ich mag echt die Ruhe. Für mich bin ich immer wieder ganz gerne auch in so Tempelanlagen. da ist tatsächlich, finde ich, sehr beruhigend. Also. Also. Ach, so wie es aussieht, hätte man das auch fahren können. Naja, aber muss nicht sein. Das kann man ruhig geben. Auch schön extra, um den Baum stehen zu lassen. Hier ein bisschen was ausgespart an der Treppe. Aber das hat sich auch rendiert in stehen lassen. Toll. Kann man ja auch machen. Stört doch niemand. Ich finde das super. Ja, man kommt ja schon ein bisschen ins Schnaufen. Ja. Also wie es aussieht, wird hier auch gerade renoviert. Aber es rendiert sich trotzdem. Dann kann man hier außen rum laufen. So unten ein Rundweg. Hier waren wir mal zur Einweihung. Da waren die Schulen da. Und war hier außen rum alles bestuhlt. Ja, dann war der ganze Rundweg alles bestuhlt. Und es war sogar das Fernsehen da. War interessant. Ich glaube auch schon ein paar Jahre her. Ah, was tolles Bild, oder? Ist doch schön. Wow. Und da oben steht sogar der Mond. Ach was. Und das am Nachmittag. Schön. Ja gut. Wäre jetzt besser ohne Baustelle. Aber okay. Könnt auch dazu. Kann man sich nicht raussuchen. Aber die Bäume, das seht ihr ja selber hier. Ist eigentlich doch schon im Zungel. Und was mich auch wirklich begeistert. Ist, dass sie die Bäume hier haben stehen lassen. Zum Teil. So wie es ging wahrscheinlich. Was sich auch gelohnt hat. Und hier vorne hat man dann auch noch eine schöne Aussicht. Hier ist ein Eckchen. Ja gut. Hier sind die. Das Zelt. Der Bauarbeiter wahrscheinlich. Müssen ja irgendwie. Genau. Und hier kann man rauf fahren. Ja, cool. Okay. Aber ich werde trotzdem immer laufen. Okay. Jetzt geht es wieder nach unten. Ach. Der gute Mann, ne. Und unten am Tempel war. Im Hochlaufen. Sein Sport. Der ist auch schon da. So. Ich fahre jetzt wieder heim. Mal mais. Mhm. So. Che난f. Weit cheap. Woolstow. Nagef. gìację? Integrator. Vielen Dank.